Wer würde er bei der ersten Frage von Wer wird Millionär raus? Ja, Feline, ganz klar. Wer würde er einen Song produzieren? Mama, weil die so verrückt ist. Wer würde sich eher einen Basskatz schneiden? Boah! Feline! Wer würde er Franchi-Chi? Mama, ganz klar. Ja. Wer würde er den Schärfstenschiff der Welt essen? Ich glaube, Mama. Mama, Mama ist ein harter Kerl. Mir wird schon bei scharfer Zahnpasta schlecht.